Hey und jetzt kommen wir zu der ersten Folge von Bloodhunt. Wir legen auf Dirk los, schauen uns gemeinsam an, wie das Game so ist. Man muss halt echt fast, wenn man angegriffen wird, runterspringen. Ich will mal da hin, weil da eine Quest ist. Wie siehst du da die Quests? Oh lord, man sieht aber auch wo andere spawnen, glaube ich. Wie ist ich nur das? Die roten Punkte? Die roten Punkte, glaube ich. Das werden aber Fülle. Das sind schon 2-3 Teams für uns. Marnst du, dass es da 14 Teams oder so gibt und jeweils 3 Leute? Ja, sicher gibt es 14 Teams, es stehen ja immer, es gibt 14 Teams. Ja, ok, jetzt hast du es ja mega, du gehst jetzt richtig ab. Du gehst jetzt richtig ab, wir spawnen da jetzt mit mindestens 3 Teams dann. Ich jump mit meiner Vandale einfach rein. Du teleportierst rein und er macht einfach Chance. Ich muss auch jump los. Okay, es geht schon los. Okay, es geht schon los. Ich komm, was sagst du mal rein? Ich hab mir lieber einen Sturm gewählt. Wenn ich x-druck halte das immer kurz an oder muss ich das dann weg tun wieder? Das halte ich wirklich kurz an. Kalerisch. Da drin schießt ich schon. Ich brauche halt eigentlich Health und Munition. Ähm, ne, Health und Armor. Das ist ne Armbrust. Ah, wir gezogen. Verlöpst du jetzt ziemlich gut. Weeeeee. Ey, wir schnappen die Lover. Auf x. Ey, wenn ich stehe mir, ist einer. Was ist die hier plädiert, oder? Das ist, wenn du gekillt. Wenn ich das weg... Komplett weg bist der. Forever? Aufsau. Ne, ne. Aber das ist halt alles. Och, ne. Ich wollte ihm einen Jump geben. Oh, ne. Oh, ne. Das ist irgendwie nicht ausgegagelt. Dreißkleid leben noch. Ja. Boah, das ist halt nicht... Ihr müsst so Disco oder so laufen zum respawnen. Hä, ich bin da? Nice. Achso, das ist da, Alex. Ja. Ich versuche einen Tüge wieder aufheben. Tüge dieser auch. Oh weh. Ich habe mir gar nicht so viel viel verloren. Wie ist das? Auf einmal wieder aufgestanden. Ich bin nur ein Schuss dran. Also warte. Bist du wieder aufgestanden, weil das Regenerationsweck gelaufen? Hör ich vor Alex. Der hat mich hoch geholfen. Ich hab ihn abgeschlagen. Nice. Nice, nice, nice. Finish ziehen. Oder... Ich hab 26 Kp. Und hab nix zu machen. Ich mein, wenn du ihn ausdringen kannst, ziehst du dich, glaube ich. Aber ich glaub das... Das geht doch nicht aus. Muss weglaufen, glaube ich. Ich hab nur 26 Kp. Oh, wo beklebst du? Ne, ich bin... dead. Alex! Alex, renn weg und hielt dich. Du kannst mich jetzt nicht mehr helfen. Über Armbrust, glaube ich. Brust, durch, dreht doch mal! Alex, die Rechtsverletzung ist nur Rüßbom-Punk. Dort? Das weiße Kreuzdorf damit. Ne, jetzt wieder weiter nach links. Das Ding da? Wie geht das? Ne, kenne mal rauf. Ich weiß es nicht. Da müsste irgendwo, wenn Stats ruhen... Irgendwo müsste da ein Rebuy... Vielleicht unter dir drinnen, das weiß ich nicht. Du müsste aber genau die Rechten weiterlaufen. Ich weiß nicht, ob das nicht so aktiv ist, ehrlich gesagt. Oha! Redentierung zum Beispiel, ja. Weil die Kreuze in der Zone schauen gleich aus. Ich glaube, dass die umkreisten, was anderes. Was ist das da? Präzision? Munition. Ja, er muss zum umkreisten, weißen Kreuz. Oh mein Gott, das geht gar nicht mehr so lang. Da rechts vorne ist, okay. Oh mein Gott, geht's da so raus? Geht's da so raus? Wo ist das? Na, ich weiß. Direkt da unten nochmal. Ja, klar. Geh weiter, geh weiter. Kann ich mir schon was geben? Ich weiß nicht mehr, aber... Ist das nicht mehr, was ich da aufklaube? Ich bin immer noch verwirrt, dass ich exakt bei dem Questmarker war, damit es war. Aber ich hab wieder einen Kill, glaube ich. Der ist auch gleich weg, da vorn. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Obwohl es steht, wir haben keinen Kill. Aber ich bin nicht mehr bei einem Kill. Ist das... Nice. Oh mein Gott, ist er da, geh? Ein toter Dude und eine goldene Kiste vor dir. Was? Ein Imko, nehmen wir mal mit. Das ist kein Wofi. Das ist kein Wofi. Ist er auf den Haus? Ja. Extrem. Cholerisch. Ich muss jetzt mal zu weisen Indo tun. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich nehme jetzt mal nichts. Alex chillt an der Disco. Domi? Ich glaube, der darf. Der darf? Wahrscheinlich. Jetzt ist er wieder runter. Nice. So kann ich mich machen. Das ist eh einfach... Und dann... What? Doppelombus. Das ist alles. Und jetzt kommen sie beide, oder wie? Haha. Nice. Ja, aber halt ohne Equip. Okay. Okay. Okay, ich habe zumindest den Sniper und den Doppelombus. Ich habe Doppelombus und noch einen Ambus. Ich habe hier noch eine gute Chance. Schieß. Ja, direkt neben mir irgendwoher. Ich habe hier noch eine gute Chance. Schieß. Ich bin hier noch ein bisschen. Das macht's drin. Das macht's drin. Oh, da. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, ich bin so weit knocked down, die habe ich nicht wusste, dass er explodiert. Oh mein Gott. Da ist der Gegner aufmarkiert. Oh mein Gott. Es ist falsch sogar so runter, die Waffen. Da ist der Gegner davor markiert. Was ist denn, wie er läuft? Gerade nicht. Was schlecht ist, weil da drei Leute oben sind. Also ich habe jetzt wieder, aber dann müsste es zu mir kommen. Das ist Präzision, Mention ist es einfach. Präzision brauchst du halt für Sniper, ne? Ja. Der ist da oben. Ich habe mich gewischt. Mein Gott, dreizehn der B nur. Gib mir sieben Sekunden. Nein, ich bin am Boden. Das ist noch ein Team. Ich bin jetzt zwei Sekunden. Ich bin von einer ins andere Team gesprungen. Oh nein, ich stehe hinten drauf. Ich muss abbrechen. Es will noch ganz rechts an der Zwei oder An. Ein bisschen rauf und nach hinten rechts. Ja, na, aber an den Gegner bis ich es mir vorhin gebe. Ich renne schon, ja. Habs ich denn so cool magier? Nein, ich glaube, dass du da bist. Es gibt nur noch acht Spürer. Hä, warum steht das, wenn wir nur Kills haben? Gefühlt haben wir den Killtener an. Ich bin drüben. Run, brother, run. Ja, moin. Ich brauche Loot. Da liegt noch ein Maximengewehr. Ja. Der drüben ist gerade irgendwo wer gesprungen. Da ist noch eine MP. Nice. Was ist der Gegner? Ja, ich werde gerade richtig geslugt. Wo ist er hin? Der ist gerade rübergeportet. Die sind über uns am Dach. Ah, das sind die vier. Ah, man kann nicht trinken. Alles, Alter, es kommt Rauch. Rauch. Oh, das ist mir nicht klar, Alter. Scheiße. Ich bin so dead. Ja, ich bin mit zwei von denen nur im Tunnel an. Äh, der saubt mich raus. In dein Kind könntest du ja nicht. Alter, der ist fluggeräusch zusammen. Ich wurde auf einen Aufkampfwechsel, aber habe gar keinen mehr gehabt. Ich fahre mit zwei Leuten und sind keinen Gang. Das war ein bisschen ungehalten. Das war ein bisschen geil. Ich bin dann im Tunnel gekillt. Das lieb. Der blüht mit meiner Axt. Ja, er gönnt sich Morris wieder. Ja, die Morris mied. Ich freue mich gerade, das muss man sein. Ich habe noch drei Spieler. Ich fahre mit einer Axt. Nein. Da vorne sind sie zwei. Ui. Ja, da hat er die Double-Schwellen gekostet. Ja, da hat sie zwei schon wieder. So, jetzt gewinnen wir da nochmal, ok? Ja. Ja. Ja, das war schon richtig nice, so mit wiederbeleben. Und so ein bisschen fighten, dann wieder weiterlaufen. Ich bin Stufe 2. Was bringt mir das? Ich bin einfach... Du kriegst das. Ich glaube, dass du nur mit blauen Waffen hast. Hotfit. Battle Wars verloren. Ja. Hm. Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Runde von Platan gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Das Game is free to play. Ihr könnt es auch gerne spielen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.